Ich fange mal damit an, weil wir das hier auf den Tischen gefunden haben. Kein Drehbuch, kein Film. Ist der Hashtag, ist das auch ein Motto dieser Verleihung heute? Eigentlich nicht. Es ist ein altes Motto, eine alte Aktion, die wir 2008, wenn ich mich recht erinnere, schon mal gestartet haben, um darauf aufmerksam zu machen, dass eben vor jedem gelungenen Film ein gelungenes Drehbuch steht, dass die Arbeit der Drehbuchautoren sozusagen Grundlage des künstlerischen Prozesses sind. Sie ist aber auch die Grundlage des wirtschaftlichen Prozesses, weil auf Drehbüchern die gesamte Finanzierung aufbaut. Es werden ja in den Förderungen Drehbücher eingereicht, die Fernsehanstalten entscheiden aufgrund von Drehbüchern. Und wir haben den jetzt reaktiviert, weil jetzt im Moment wir quasi eine historische Sekunde haben, in der die Aufmerksamkeit für Drehbuchautoren durch die Serienerfolge, auch gerade der Amerikaner, wieder sehr groß ist. Auch durch die Diskussion um die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises, da sind die Drehbuchautoren ja auch nochmal in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt, weil sie zunächst nicht eingeladen waren. Wie kam es dazu? Also ich, um es kurz zu machen, ich war nominiert, ich war auch eingeladen, aber viele von den nominierten Autoren von zum Beispiel Mehrteiler und Film, also besten Film, sind nicht eingeladen gewesen und sind dann, als die Kollegin Christine Derfler sich öffentlich beschwert hat, mit so einer Art Gaststatus erst mal bedacht worden und abgespeist worden. Daraufhin haben wir als Verband einen offenen Protestbrief geschrieben und haben gesagt, also ihr müsst mitnominieren, ihr müsst die Schöpfer der Filmdrehbücher einladen, wie die Regisseure und vor allem die Redakteure auch. Und also ich habe es noch nie erlebt, dass die Gegenseite sozusagen so schnell reagiert hat. Der Stifterkreis, der aus den vier großen Fernsehsendern besteht, hat sehr schnell nach eingeladen und am Ende, das ist die schöne Pointe, standen drei von den Hauptprotestlern, nämlich Christian Lex, Christine Derfler und ich als Sieger des Fernsehpreises auf der Bühne. Toll. Also ein großes Thema oder ein Thema der Drehbuchautoren ist die Wahrnehmung und die Wertschätzung. Und eine Zahl, die ich so parat habe, ist, dass europaweit durchschnittlich ein Drehbuchautor 22.000, glaube ich, im Jahr verdient, also im Durchschnitt. Ist das Teil des Problems? Wenn das so ist, ist es sicherlich Teil des Problems. Durchschnittspreise, Durchschnittsgehälter oder Honorare haben wir noch nicht in der Belastbarkeit sozusagen auf europäischem Niveau eruiert. Es gibt jetzt eine belgische Universität, die Erhebung gemacht hat, auch unter unseren Mitgliedern. Da wird man dann genaueres wissen, wie es sozusagen sich verhält. Das schmeißt jetzt, also wir haben verschiedene Länder in Europa, die völlig verschiedene Fernsehkulturen haben. Wir haben in Deutschland, darauf müssen wir uns konzentrieren, eine sehr wohlhabende Sender. Wir haben sehr wohlhabende Sender. Das ZDF gehört zu den, glaube ich, drei größten Broadcastern weltweit. Und natürlich kommen jetzt die neuen Anbieter, Amazon und Netflix, die teilweise noch mehr Geld haben. Aber es ist zumindest genug Geld im Markt und es ist eine große Zuschauerschaft. Ich glaube, es ist der dritt- oder zweitgrößte Fernsehmarkt überhaupt. Das heißt, solche Honorare, wenn sie Durchschnittswerte wären, sind nicht zu rechtfertigen dadurch, dass zu wenig Geld da ist. Sondern wie äußert sich die fehlende Wertschätzung oder dass man mehr Wertschätzung haben will, ist ja ein Zeichen, dass ein Defizit da ist. Also da würde ich jetzt gerne wieder weggehen von den Honoraren, weil wir dann über konkrete Zahlen sprechen müssen. Es gibt durchaus gutverdienende Autoren in Deutschland. Wertschätzung bedeutet aber eigentlich eher, dass man anerkennt, wie wichtig das Drehbuch für den Film ist und für Fernsehen ist. Und die Serien erzwingen, glaube ich, diese Aufmerksamkeit. Sie können eine gute Serie nämlich gar nicht ohne Autoren machen, die sehr viel stärker eingreifen ins Geschehen, als das bisher der Fall war. Und zwar horizontal erzählte Serien sowieso. Die müssen verantwortet werden von Autoren, weil nur die das können. Und ich glaube, wir haben hinter uns einen Verdrängungswettkampf um Aufmerksamkeit, den die Regisseure lange für sich entschieden haben. Und ich glaube, dass das zum Schaden des Produkts war, weil wir haben ganz viele Kinofilme, die in Schönheit sterben, die keiner sehen will, die erzählerisch unterversorgt sind, weil einfach an den Hochschulen nicht genug für die Autoren getan wird. Und zu viel, in Anführungsstrichen, für die Regisseure, die sozusagen alle sich dann im Debüt erzählerisch ausprobieren müssen. Es ist auch eine Last für Regisseure, die womöglich eher visuelle Talente sind als erzählerische. Ich habe in meiner eigenen Zeit, ich habe tatsächlich auch Regie studiert an der Filmhochschule München, erlebt, dass erzählerische Talente viel seltener sind eigentlich als visuelle Talente. Und die sollte man hegen und pflegen und denen eben diese Wertschätzung, das bedeutet gute Arbeitsbedingungen, das bedeutet Aufmerksamkeit auch bei Premieren. Und diese ganzen Dinge, die oft gefehlt haben, sollte man ihnen zukommen lassen, weil es ist eine Motivationsfrage eben auch. Aber spielt Geld auch eine Rolle? Also ich habe jetzt noch mal eine andere Zahl, dass die Doc-Filmer, also für den 90-Minuten-Film gesagt haben, wir streben an, kein Film mehr unter 75.000. Also dass so eine Art Mindestlohn sozusagen da ist, ist das auch ein Thema, dass man eine bestimmte Art der Vergütung sich wünscht? Worauf bezieht sich die 75.000? Auf das Honorar des Autors? Nee, auf das Gesamtbudget des Films. Da sehen Sie natürlich den Unterschied zu den Doc-Filmern. Die Doc-Filmer machen mit 75.000 einen ganzen Film. Für uns wäre das eine Zahl, die ein gutes Drehbuchhonorar ist. Also das heißt, Sie arbeiten aber daran natürlich auch ein Jahr oder so. Ich will jetzt auch diese Zahl nicht einfach so stehen lassen. Um zu erklären, wie so ein relativ hoch klingendes Honorar dann aber auch wenig sein kann, muss man wissen, dass Drehbücher zur Hälfte oft erst am ersten Drehtag ausgezahlt werden, das Honorar. Und man muss wissen, dass viele Projekte auch abgesagt werden mittendrin. Autoren werden ersetzt oder Projekte passen nicht mehr in Fernsehslots. Und wenn Sie dann nur die Hälfte bekommen haben oder weniger als die Hälfte und Sie haben Ihr ganzes Jahr darauf geplant und Sie müssen es versteuern und Sie haben womöglich noch eine Familie, dann ist dieses 90er-Honorar plötzlich kein tolles Einkommen mehr. Also das heißt, ich will aber nicht nur sagen, dass alle Leute schlecht verdienen. Also Serienautoren und auch Autoren, die gut im 90er-Bereich unterwegs sind, haben teilweise schon gute Einkommen. Es gibt alles da. Vielleicht mal in die Zukunft geschaut, was muss sich konkret verändern? Sie sagten schon mehr Aufmerksamkeit auch, dass man auch die Leistung der Drehbuchautoren mehr in den Mittelpunkt stellt. Was muss sich da genau, wie kann sich das entwickeln? Also ich glaube, wir haben das jetzt ganz gut befördert mit unseren Veröffentlichungen. Wir haben jetzt in letzter Zeit seit dem Fernsehpreis fast jeden Tag ein Interview von Drehbuchautoren, auch in Blättern wie der Zeit, in Blättern wie der Taz, DWDL. Interessieren sich jetzt alle dafür, weil alle Leute, die sich irgendwie mit dem Fernsehen beschäftigen, ob das Redakteure sind, es gibt noch eine Ignoranz. Also es gibt dieses berühmte Spiegel Online, diesen Artikel, das ging um das beste Drehbuch, das ausgezeichnet wurde und der Drehbuchautor wurde im Artikel nicht erwähnt oder die Drehbuchautorin. Also das ist natürlich dann Quatsch. Da gehen wir jetzt mittlerweile sehr schnell dagegen vor, Social Media ermöglicht das und kriegen auch eine schnellere Reaktion als früher. Das heißt, wir brauchen ein Bewusstsein dafür, auch gerade bei den schreibenden Kollegen, die Journalisten sind, dass die schreibenden Kollegen, die Filme schreiben, eben sozusagen die Geschichten kreieren, die wir alle sehen wollen. Und die Sender und die Filmförderung und die Filmproduktionsfirmen müssen das stärker sozusagen nach vorne bringen, weil die sind davon abhängig in Zukunft. Sie werden immer mehr Inhalt brauchen, wir gucken alle immer mehr, weil wir haben immer mehr Zeit, wir haben Handys dabei, wo wir Filme gucken, wir haben wahrscheinlich bald selbstfahrende Autos, auf denen dann irgendwas läuft und was soll da laufen? Es wird irgendein Content sein, den Autoren geschrieben haben. Das heißt, ich glaube, einerseits ist der Druck viel höher, sozusagen diese Ignoranz endlich aufzubrechen, das merken alle und andererseits befördern wir natürlich noch eine Aufmerksamkeit, indem wir immer wieder darauf hinweisen. Noch eine letzte Frage. Anlass ist ja heute auch die Verleihung des Drehbuchpreises. Vielleicht ein paar Worte zum Sieger. Warum hat er diesen Preis bekommen? Was war das Besondere? Also das ist ein Thema der Zeit. Das hat mit Flüchtlingen zu tun, das hat mit Exil zu tun. Der Preisträger ist sehr emotional geworden am Mikrofon, als er sich da bedankt hat. Und zwar auch nicht nur positiv emotional, sondern eben er hat beschworen sozusagen die Gefahr, die darin besteht, dass Grenzen wieder hochgezogen werden, dass wir wieder unterscheiden, sozusagen, wer ein guter Mensch ist, der rein darf und wer nicht rein darf. Und auch explizit auf die AfD Bezug genommen. Ich denke, die Jury hat vermutlich in meiner Sicht auch einen politischen Stoff hier ausgezeichnet. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.